Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht alle Loder sagen. Es ist 64 mal Loder. 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 Der Schausteller, der dort gearbeitet hat, war ein ganz anderes Level als heute. Trotzdem, ja. Da war jemand, das ist vielleicht nicht übertrieben, wie ein Rennfahrer oder wie es sein war, aber du warst auf den Kind wie jemand. Du konntest denen etwas vorzeigen mit den Schauen. Das war früher Kiel. Heute dürfen sie wahrscheinlich nicht mehr. Die Schau, was machen wir? Kann man sagen, das ist ... ... zum Scharen. Frauenscharen und so. Das ist eine richtige Schau, oder? Man muss es sagen, du bist auch nicht blöde. Sie haben mich doch schon gekannt, finde ich. Wenn es gewusst, dass die Dina-Bob kommt, und dann der, der dort im Fernsehen ... Es ist ja nicht so, dass ich ein super Typ war, oder weiss ich nicht, aber einfach von der Art her, bin ich halt schon zugegangen gekommen. Ein Ziel mit mir einmal. Ja, logisch. Ich meine, in jungen Jahren gefällt so etwas immer. Wenn du fertig warst, hast du immer vier, fünf gehabt. Ja, fünf gehabt, sagen wir zwei, drei gehabt. Und du hattest immer mit ihm. Du hattest ja so. Eben, es hat dazu gehört. Die Kameradschaft, oder? Das war ja die ganze Gute. Die Kameradschaft dort. Ich weiss nicht, wie es heute ist, auf dem Kilbyplatz, ob die Kameradschaft noch so da sei, unter den Arbeiter. Wir hatten es wirklich eine riesige Kameradschaft. Das hat jetzt jedem geholfen. Und das war jetzt gleich, wie es immer war. Das hat einfach dazugehört. So 17 bin ich, glaube ich, das ist das 17-Alter, dass ich hier mit Bahnen fahren muss. Ich habe ja damals genug fahren können. Nein, also eigentlich. Ich laufe gerne durch, schaue es an, was man so von früher erkennt, dass es Neues gibt, wenn man vorbeigeht. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch reinhoffen und die Runde nicht drehe. Das muss ich jetzt nicht haben. Denn heute ist schon alles etwas anders. Siehst du ja auch die Läden, das ist alles modernisiert. Ja, das ist ... Schau mal, das Reiserad, das ist alles LED. Früher hatten wir hier alles Lämpchen drin, jedes einzelne in die Schraube. Das hat dazu gehört. Das denkst du schon gerne davon. Das war die schönste Zeit, die ich eigentlich hatte. Das muss ich jetzt sagen, von dem, was ich erlebt habe. So viel, wie ich auf der Kirche erlebt habe, und so viele Leute, wie ich kennengelernt habe, konnte ich nachher alles nicht mehr. Ich war nachher auch auf Montage. 25 Jahre war ich in Deutschland, Saudi-Arabien, Österreich. Ich war auf Montage, aber das ist nicht mehr das Gleiche. Jetzt war ich hier in der Ria, in der Mittelstadt von Saudi-Arabien. Die Heiligstadt. Also fertig gefallen, oder? Da habe ich gerade das Gleiche gesehen. Ich bin dann bei dem geblieben, als ich auf Saudi-Arabien bin. Da bin ich zehn Jahre geblieben. Da bin ich überall auf Montage. Und dann war ich 15 Jahre selbstständig. Dann habe ich Metallbau selbstständig gemacht, oder? Einfach montiert, auf Montage. Und dann bin ich dann auch langsam ins Alter gekommen. Dann habe ich gesagt, so, mit 50 muss ich einen Job haben. Irgendwie etwas Ringers, oder? Weil ich will nicht auf dem Bau bis 65 arbeiten. Dann ist mein netziger Chef in Ruhe und hat gesagt, ich komme bei ihm in der Halle, in der Produktion. Wenn ich nicht will, oder? Dann bin ich jetzt heute noch. Jetzt bin ich dann pensioniert. Wann ist der Zeit vermisst? Eigentlich nicht. Ich hatte die Zeit, es war geil, aber jetzt ist eine andere Zeit. Andere müssen es vermissen, die es nicht hatten. Die, die zuschauen, denken, nein, wäre es da gewesen, oder? Aber ich hatte es, es war super. Bei BASTO!